die Ah, die ist so nuuuut. Und das geilste ist halt, du kriegst direkt noch ein Wurfmesser in die Fresse. Wieso gab es dafür keine Assist? Ich hab den geflischt. Ach, verdammt. Aaaaaaach. Jaa! Leimos! Was ist er von da kommen? Nur just in case. Auch wenn er eigentlich nicht mit welchen spielt. Aber wer weiß. Oh, nee, jetzt schenkt er dem doch noch die Punkte, ey. Alles cool bei dir da unten auf dem dritten Platz, oder was? Peter, lass uns zweimal richtig wegsnacken, oder ist das gut? Im Liegen macht der das echt. Willst du noch was sagen? Der andere ist Halle. Ja. Der kommt an, Jay, der kommt zu dir. Der kommt zu dir. What the fuck? Boah, Jay, einfach nur. What? Ey, ohne Scheiße, wo bist du denn? Oh, Mann, Jay. Wir müssen ja jede Runde mit Jay im Team spielen. Ja, Hadi wäre ja genauso. Ja, Hadi hat uns zweit, hat mir ja auf jeden Fall genauso. Du hast zwei, vier, du Arsch. Ja, weil du scheiße bist. Oh, Mann, Jay. Was für eine Aktion gewesen ist er nicht noch? Ja, habe ich geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, oder was? Boah. Boah, keine Ahnung, wo der Motherfucker... Oh nein, 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 jawohl! Nein, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, die ganze Zeit, das Spiel ist sowas von behindert einfach. Ganz ehrlich, Bullshit ist das. Bullshit, Junge. Ganz ehrlich, ohne Spaß, Bullshit. Kommt wieder die Ziege, ey. Ey! Ja, ohne Spaß mal. Die Ziege hat das Geld. Danke. Nein, ich dachte, die defuse einfach. Das ist eine Scheiße-Idee. Boah, da wäre ich beinahe noch an der Granate gestorben. Ja, das ist okay, halt schnüffel, weil alle an der Granate an der Bumme stehen, der so Krinnung ist. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Alter, die habe ich daneben geworfen! Ich habe dich nicht mehr getroffen! Ja, ich war mal noch angeworfen. Ich hieß nicht, ich habe ihn nicht. Ich bin nicht getroffen, die war daneben! Der Katz hat aber noch Schaden von den Semmel von Chris. Sorry! Bobby, ey! Ja, da hast du halt den 1-3! Ich will die Punkte haben! Alter, ich habe die ein Meter daneben geworfen! Ich will die Punkte haben! Ich muss den... Einen Peter daneben geworfen! Ich demorale, die resten noch mehr! Ja, war aber gut, es habe ich die Punkte gekriegt. Oh, da habe ich auch... Weißt du, da kann eine Art, die will ich sagen. Ich bin der Coolste! Oh, Peter. Alles cool. Das ist auch noch einer. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das ist einfach so ein Cheater, einfach nur! Fuck you, bitch! Alter! Wo denn? Wo denn? Wo denn? Was ist das denn für Anfälle? Verharrn' ich gerade, ohne Scheiß! Ja, mehr kannst du dazu auch nicht sagen, ne? Da konntest du nur lachen. Loll, da ist er auf... Was? Wo war der denn? Ich haut mich ja vor, wo der gesessen hat. Ja, ich kriege gar keinen Schuss ab. Ja, Bram hat ja auch mehr so nach links geschossen. Ich stand aber noch in der anderen Ecke. Oh, Mann, ey. Voll Cheater, Peter. Das war ja witzig. Freundlich lustig. Ich bin leider in den letzten paar Runden gestorben, ohne einen Käse. zu machen und verliere das mit dem Fanat zu. Schöne, schöne Nate. Der ist schon da. Was? Der war drauf! Peter? Ich hab dir einen Quickscope-Schuss gegeben und du bist nicht tot? Willst du mich verarschen? Du hast ihn nicht mal getötet. Komm, weinig. Ja, aber was ist das dafür gekommen? Alter, jetzt seh ich den nicht mehr! Ich hab den nicht mal gesehen, als du ihn abgeschossen hast. Das war wieder kein One-Shot. LOLL! Das ist für euch nichts! Nein, 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 nicht mehr, Mann! Ja! Woo! Wie ist es, Mann? Boah, versuchst du sie durch die Wand zu erschießen. Alter, ich hab das Ganze klappen müssen. Machst du nix. Machst du nix. Du bist auf uns im Team! So ein Ärger, ey. Machst du nix, ey. So eine Scheiße. Runde geholt, ey. Boah. Hast du alles gegeben, Bram, was du konntest, ne? Ja. Loll! Musst du halt Skillfuel haben, Peter. Ja, echt, der war im grünen Trailer. Im grünen Trailer? Im grünen Trailer, ja, ja. Ja, America for the Wind, ja. Oh Gott, oh Gott! Oh, Hardy, oh Gott! Ich hab den noch gemessen. Nein, ja, ja, ja. Ja, ach, das ist richtig krass. Ach, ja, Hardy. War nicht nice, ne? War nicht, der müsste auch voll in die Wand rein. Der Messer war so schnell, da hast du sogar ein Einschlussloch mitgemacht. Mann, den Fall, das kann doch nicht wahr sein, heute. Und, wuff! Keiner Trim. Nice. Nice! Das ist ja wohl ein Scherz! Das ist ja wohl ein Scherz! Du musst noch mal gucken. Ey, Sepp. Ich seh den, Arno. Nein, das ist irgendwie wieder hochgegangen oder so. Jetzt ist die Zeit, dass du zeigst, dass du kannst. Das ist meine Runde, dass ich 3-Kills machen kann. Jetzt ist Sepp hier. So, Peter, dann zeig ich mal, ob der drauf ist. Haha, nice! Scheiße! Scheinbar nicht viel. Was war das? Da war der Trailer! Da kam doch mit allen Bananen an, ey! Das stimmt gar nicht. Nur zu zweit. Ich hab nicht mal geschossen. Nice! 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 Tuba! Fuuuuss! Auf jeden Fall voll der Tuba, ziehste rein! Jetzt kommt Flupp! An den Kopf! Bam! Hahaha! Achso! Genau! Best of! Best of! Best of! Hahaha! Bester Kill ever, ey! Ohne Scheiße! Scheiße! Oben, oben! Ohne Spaß! Wie könntest du aufs Radar gucken? Wie könntest du nicht aufs Radar gucken? Ich hab den nur hinten gesehen. Wie könntest du nicht aufs Radar gucken? Nice! Das war echt schön. Da wurden wir auseinandergemuscht. Man kann echt nur sagen... Congratulations! War richtig gut. Wenn man jetzt auf Englisch könnte, wäre das richtig geil. Congratulations, man! Okay? Also, Bram, du hast das richtig... Du hast das richtig cool gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao! smileder Suchen jamais new what &